Hat das Schlossamt ja so ne Statur wie Drea oder so wie ich oder? Eher so wie du. Ich glaube ich sollte mich mit Drea zusammensetzen. Er wird wahrscheinlich das technische Knowhow haben, nicht das medizinische. Dann fangen wir an zu werkeln. Ihr wollt also aus einem abgezogenen Gesicht jetzt ne Maske machen? Ja. Oh mein Gott. Willkommen mit Dick Genesis. Also sag mal so selbst für Dick Genesis seid ihr ne Psychopathenrunde. Was?